Willkommen zur zweiten Halbzeit. Wir hoffen natürlich, dass Tore fallen. Leverkusen war das Team, das an dem Freitag mal das Tor gemacht hat. Deswegen, vielleicht sind die so erfahren, um jetzt hier auch das Tor zu machen. Konstantin, Chakpa auf Konstantin, Rausch, Ecke für Hannover. Sind im Angriff wirklich gefährlicher. Sergio Pinto. Mitte! Wie knapp vorbei! Unfassbar knapp vorbei! Schauen Sie sich das nochmal an! Was für eine Riesenchance! Oh nein! Adler mit dem Abschlag. Das mit Manchester United hat sie angeblich wieder erledigt. Das werden wir mal sehen. Klasse! Kiesling! Ballack! Ballack! Riesenfehler! Riesenfehler! Und dann ein ganz, ganz hartes Foul von Renato! Augusto, gelbe Karte für Augusto. Sehen wir es nochmal. Ballack's Fehler und dann die Finte von Andreasen. Und dann Andreasen. Und dann gibt es zwei Schuss. Renato Augusto. Bua Kaplan, Riesenchance! Sidney Sam muss ja auch nicht unbedingt da hochspielen. Pinto. Das macht Hannover, würde ich sagen, besser. Aber es passiert auch nichts hier. Ballack. Kiesling. Das war ein ganz starker Pass von Ballack. Kiesling Fehler. Sam hat ihn aber zum Glück noch. Castro. Ballack. Wieder ganz schlechter Pass von Ballack. Es gibt noch Fehlpässe in dieser Partie. Forsell nimmt Friedrich aus. Aber Reinhardt's nicht. Konstant, Chakwa. Pinto. Rausch. Forsell. Michael Forsell. Sidney Sam. Renato Augusto, Jaconan. Jaconan. Jaconan, Nadler. So. Jetzt muss ich mal was trinken. So ist das. So. So Ballack. Renato Augusto, Kiesling. Klasse Pass. Burack Kaplan. Der gegen Biersley. Setzt sich durch. Ganz stark. Rolfes. Renato Augusto. Warum schießt der? War eine gute Idee, war aber ein ganz schwacher Schuss. Jaconan, Andreasen. Biersley. Gegen Katzitz. Ganz stark. Ganz stark. Dann allerdings wieder von Katzlitz. Burack Kaplan. Katzlitz. Rolfes. Kaplan. Das machen die ganz stark. Renato Augusto, Kiesling. Jetzt Katzlitz. 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 Gegen Hagi. Katzlitz. Ballack. Ballack. Wieder ganz schwacher Schuss. Mann, oh Mann. Dominik hat sich auch schon abgemeldet. Ist wieder Getränke holen. die Gang. Andreasen. Und Rolfes. Ganz stark. Gegen Andreasen. Sidney Sam. Ballack. Ballack. Kiesling. Burack Kaplan. Gerundelow. Girundelow. Katzlitz. Gegen Biersley. Ganz starker Pass. Kiesling. 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 Gehalten. Von Fromlowitz. Weltklasse gehalten. Abdelaui jetzt für Andreasen im Spiel. Helmets. Truvidal und Barnetta kommen bei Leverkusen. Bausch. Auf Abdelaui. Forsell. Riesig. Riesig gemacht. Riesig gemacht. Aber Jagdunan kommt nicht zum Schuss. Nur noch Hannover jetzt. Wer schießt das Siegtor? Hagi. Drüber. Wie man sieht es. Gleich viel Schüsse. Aber bei Leverkusen liegen alle fünf Schüsse aufs Tor. Und bei Hannover nur einer. Ziemlich ausgeglichen. Nur Null ist verdient. Keiner war hier tonangebend. Leverkusen spielt nicht unbedingt. Wie ein Zweiter. Und wenn sie an Dortmund rankommen wollen, dann müssen sie gewinnen. Und Hannover hat eben auch Riesenschancen. Abdelaui. Ganz starker Pass. Aber Reinhardt klärt. Das hat er auch gut gemacht. Kalitos. Girundelo. Nochmal für Hannover. Wieder Girundelo. Langer Einruf jetzt. Aber da steht der Turo Vidal. Ob das nicht schief geht? Nein, es geht nicht schief. Rausch. Das geht schief. Kadle jetzt tricht den Ball jetzt raus. Hagi. Pinto. Starker Pass. Kalitos. Kalitos. Der ist wieder zurückgekommen von seiner Verletzungspause. Macht hier aber nicht das Tor. Ihm hätte man es gönnen können. Helmes. Helmes. Barnetta. Barnetta. Gerade ist eingewechselt. Kiesling. Riesenschance. Oh, das gibt es doch gar nicht. Schlimm. Barnetta. Bringt wirklich Leben ins Spiel. Ab der Laue. Die sind wirklich erfolgreich irgendwie. Barnetta. Gerade jetzt. Das müssen sie doch mal vor. Schöner Seitenwechsel. Castro. Ratou. Wieder ist Sam. Helmes. Castro. Renato Augusto. Riesenpass. Riesenpass. Abseits. Ich wollte schon sagen. Ach, schade. Ach, schade. Es war ein Riesenpass geworden. Ganz knapp. Also man hätte es auch als gleiche Höhe ansehen können. Um ganz genau zu sein. Kiesling. Renato Augusto. Kiesling. Renato Augusto. Schön. Wir sind noch am Ball. Die Leverkusener. Barnetta. Renato Augusto. Katletz. Und das war's. Auch hier. Ein 0 zu 0. Leverkusen spielt nicht wie ein zweiter. Anrufe nicht wie ein vierter. So ist das bei uns. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.